Ausbildung mit Zukunft in der Region bietet die MIBA. In Laakirchen und Forchdorf gibt es moderne Lehrwerkstätten und zehn hauptberufliche Ausbilder, die für eine umfangreiche Berufsausbildung sorgen. Die Lehrlinge haben bewusst das Unternehmen MIBA für ihre Zukunft ausgewählt. Es ist einfach ein super vielfältiger Beruf und es ist immer Abwechslung drin, es ist nie dasselbe. Wir kommen alle zehn Wochen in eine andere Abteilung, das heißt wir sehen wirklich die ganze Firma und können sich dann auch wirklich etwas darunter vorstellen, was wir im Endeffekt machen wollen. Ich habe den Beruf damals gefällt, weil es mir beim Schnuppern am besten gefallen hat. Da habe ich gesehen, wie das Drehen zum Beispiel geht oder das Fräsen und auch wie man fingerfertig Sachen bearbeiten kann. Also viele besondere Leistungen, zum Beispiel eine Berufsschule, werden wir natürlich belohnt. Auch nach jedem Turnus in einer Abteilung werden wir bewertet, wie gut wir waren und da kriegen wir noch mehr Geld dazu und das sind Top-Möglichkeiten. Die Lehrlinge von heute sind die Spezialisten von morgen. Deshalb ist eine sorgfältige Auswahl besonders wichtig. Das Christmasschnuppern oder generell das Schnuppern ist für uns ein ganz wichtiges Tool, um eben geeignete Lehrlinge für die rund 30 Stellen, die wir jedes Jahr neu besetzen, in verschiedenen technischen Berufen zu finden. Bei diesen Schnuppertagen lernen die Lehrlinge oder die Schnupper-Lehrlinge einerseits das Unternehmen im Detail kennen und die ganzen Angebote, die es gibt und zum anderen aber auch detailliert alle angebotenen Lehrberufe. Und Lehrberufe gibt es viele bei der MIBA. Die jungen Leute können die Berufe Mechatroniker, Prozesstechniker, Elektrobetriebstechniker, Chemie-Labortechniker, Oberflächentechniker und Metalltechniker erlernen. Hier ist es nicht nur so, dass die Lehrlinge irgendwo zusehen hinter einer Glaswand. Nein, sie dürfen alles selber ausprobieren und so am eigenen Leib kennenlernen, ob denn die verschiedenen Tätigkeiten etwas für sie wären oder halt vielleicht auch nicht. Aber bei den meisten ist es so, dass es gut gefällt. Christmas-Schnuppern kann man von 4. bis 5. Jänner oder von 7. bis 8. Jänner. Anmelden könnt ihr euch ab sofort. Bei MIBA hat ein Lehrling die Garantie, auch nach der Lehre im Unternehmen zu bleiben. Die Ausbildung selber ist ja grundsätzlich relativ aufwendig und kostenintensiv und das macht man natürlich deswegen, dass mit mir hinterher eben wirklich gute und geeignete Fachkräfte wiederum zur Verfügung haben. Wer sich noch weiterbilden möchte, dem wird das bei MIBA natürlich auch ermöglicht. Einerseits können unsere Lehrlinge begleitend zu der Lehre die Matura absolvieren bzw. die Basis- und Aufbaukurse. Andererseits gibt es jetzt seit zwei Jahren mittlerweile die Möglichkeit, nach der Matura mit einer verkürzten Lehre zu beginnen, nennt sich duale Akademie und auch da gibt es Möglichkeiten in der MIBA und Interessierte können sich gerne bei uns melden. Eine Lehre mit Zukunft und vor allem mit Weiterbildungsmöglichkeiten. Komme jetzt zum Christmas-Schnuppern und überzeug dich selbst. Lehrstellenbewerber und deren Eltern sind herzlich eingeladen, einen individuellen Besichtigungstermin zu vereinbaren.